In Kloten feiert die Fluggesellschaft Cathay Pacific die einjährige Rückkehr an den Flughafen Zürich. Neben Düsseldorf und Madrid zählt die Schweiz zu den wichtigsten Destinationen in Europa. In the past few years we were focused on America as a company. And in the past two years from 2014 we started adding flights to Europe because we saw that there was a demand, especially to Asia and beyond. And Switzerland is one of the highest revenue generating offline markets that we had before we started flying. And it was logical for us to continue flying to Switzerland. Die Bilanz seit Wiederaufnahme der Direktverbindung nach Hongkong ist nicht schlecht. Grund ist auch der schwache Ölpreis, doch es gibt noch Steigerungspotenzial. But what I can say from Cathay Pacific from our annual results we had a profit of 6 billion Hongkong Dollars which is 90 something percent higher than what we had in the past. last year. Cathay Pacific fokussiert sich auf Direktverbindungen nach Hongkong. Dabei will sich die Airline von ihren Konkurrenten abheben und bietet auch in der Economy Class einen gewissen Komfort. For Cathay Pacific it's all about the service and of course we have very good products to complement it, but it is the Asian hospitality and the simplicity of the small things that really counts. And for us service straight from the heart is a service philosophy that we use within Cathay. Trotz des großzügigen Raumangebots für alle Klassen könnte die Sitzauslastung in der First- und in der Business-Class noch deutlich verbessert werden. Um das zu erreichen, braucht es aber noch einen höheren Bekanntheitsgrad auf der Strecke nach Hongkong. Actually the overall load factor for 2015 was 85% for the Zurich route. Economy Class was actually higher than that and we see that economy class passengers are mostly leisure travelers and they're more price sensitive. We need to capture some more of the business class and first class passengers by building relationship with some of the corporates and also making sure that our frequent flyer program is attractive for them. Die in die Jahre kommende Airline ist bereits dabei, die Flotte deutlich zu verjüngen. Die bisherigen Modelle Boeing 747 und Airbus 340 werden bis 2020 komplett ausgemustert und durch mehr als 26 neue Airbus ersetzt. The Airbus 350 is a very quiet aircraft and so from the customer perspective they'll feel that sense of quiet in the cabin and also larger windows. The aircraft is very fuel efficient. It's about 25% more fuel efficient than its next best competitor which is the Boeing 777-300ER. Bleibt abzuwarten, wie sich der schwache Ölpreis und die Konjunkturabkühlung in China auf das Buchungsverhalten von Geschäftsreisenden auswirken wird. Neue Flugzeuge allein werden nicht ausreichen, um die Sitzplatzauslastung von und nach Zürich zu steigern. Deine Flugzeuge